Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stream-Ankündigung. Morgen Abend gibt's wieder ein bisschen was zu sehen um 20 Uhr auf Twitch. Und zwar nichts Geringeres als das kürzlich erschienene Survival-Spiel Askar. Da möchte ich nämlich einen Blick reinwerfen. Und wie man auf dem Bild auch schon schön erkennen kann, das Ganze spielt im hohen Norden. Genauer gesagt im Zeitalter der Wikinger. Und ja, neben dem klassischen Überlebenskampf erwartet mich noch eine weitere Aufgabe. Denn ich bin Gründer und zugleich Anführer eines Wikinger-Stammes. Ja, und wie ich mich da so schlage, das seht ihr dann morgen Abend, wenn's losgeht um 20 Uhr. Jetzt wünsche ich euch an der Stelle aber erstmal einen schönen Start ins Wochenende. Kommt gut rein und dann sehen wir uns morgen Abend, wenn's losgeht, in unserer kleinen Wikinger-Siedlung. Ich bin gespannt. Macht's gut bis dahin. Servus. 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 Vielen Dank.